Eine Minute! Ich brauche nur ein Passwort! Komm schon, komm schon! Das verbindet! Ah, scheiße! Wie lange noch? Eine Minute! Ich brauche nur ein Passwort! Komm schon, komm schon! Das verbindet! Beeilung! Da! Fertig! Bingo! Das System sagt es neu! Warpath, wir haben die Batterie eingenommen! Die Kanonen gehören uns! Die Jäger können starten! Verstanden! Jäger starten sofort! Oh oh! Es sind zu viele! Mist! Sie kommen von überall! Ich verbinde! KV-A-Panzer-Kodone nähert sich ihrer Position! Einsatz des Jukes empfohlen! Wir haben fünf Ziele auf der Brücke! Einsatz von Hellfire empfohlen! Jukes warten auf Ziele! Was? Warum das jetzt? Warum das? Wieso ist denn das Ziele geschlagen? Das finde ich jetzt auch nicht lustig! Ein verbindetes Jukes ist vor Ort! Ich verbinde! KV-A-Panzer-Kodone nähert sich ihrer Position! Einsatz des Jukes empfohlen! Wir haben fünf Ziele auf der Brücke! Einsatz von Hellfire empfohlen! Sehr guter Treffer! KF-A-报خر! Da sind immer noch feindliche Panzer, ausschalten. Noch einer erledigt, guter Schutz. Junkerf ist noch Bingo Spritz, Rückkehr zur Basis. Wir müssen hier sofort weg. In den Hambi! Ja dann, zehn Fingermill. Ich fahre! Scheint ja, ich bin dann. Oh, nein! Oh, ne bin ich gerade. Hambi! Oh, ne? Vor den... Fahrzeug aufschaut! Das ist einer von Ihren! Wir haben uns geagnetiert! Fahrzeug aufschaut! Haben wir es geschafft? Naja, werde ich doch gleich sehen. Wir müssen hier sofort weg! In den Hambis! Schau, voll schau. Schau, voll schau! Oh, ne? Oder du… Bingo! Die Schau, entlangs mit dem! Wenn du mal vernünftig fahren würdest, dann könnte ich auch kontrolliert schießen. Du Affe! Wir müssen hier sofort weg! Nein! In den Hamvi! Hamvi, ausreichend! Kontrolliert den Feuerstuhl! Vorher! Hört euch am Schatz! Kuhl! Das ist einer von Ihren! Wir haben uns an, wie sie ein Befeuchtung für Länges! Du musst auch! So kann das nicht wahr! Wir müssen hier sofort weg! In den Hamvi! Hamvi, ausreichend! Das ist einer von Ihren! Wir haben uns an, wie sie ein Befeuchtung für Länges! Gibt's doch, Gonie! Neee! Also bloß noch auf den konzentrieren! Wir müssen hier sofort weg! Ach, du darfst mich noch ein bisschen stören, oder? In den Hamvi! Hamvi, ausreichend! Nein! Hier ist ein Schlag! Von hier! Vor den Truppen! Fahr zu Garbage runter! Das ist einer von Ihren! Wir haben uns ein bisschen gespeichert, Freunde! Oh, wenn du mal weich aus, Mann. Wenn Sven der Fahrer wäre, wäre es anders. Sven der Fahrer. Kunko macht mal helfen. Feuer, Feuer! Vor den Torn! Das war ja schon! Das ist einer von Ihren! Ihr habt uns an die Sie im Tastkanfall in der Luft! Wie soll man das machen? Mehr als drauf rotzen kann man eh. Weine Fresse, ey. Wir müssen hier sofort weg! Was geht denn? In den Havis! Na ja, ich bin... Oh, ja, das war's ja erst. Havis! 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 Auf den linken, auf den rechten, auf den linken Wie willst du das machen? Schau! Das ist keine Wunsch! Auf die Hand, da geht ihr! Täuschke, was? Wir müssen hier sofort weg! In den Hamvis! Hamvis! Kontrollierte Feuerstoffe! Vor den Druck! Halt euch anstrengen! Das ist einer von ihnen! Wir haben uns anvisiert! Täuschke, Polizisten! Täuschke, Polizisten! Zumindest haben wir jetzt schon mal mehr hin gekriegt! Wir müssen hier sofort weg! In den Hamvis! Kontrollierte Feuerstoffe! Zack! Jörg' voorными technischen be片. Ger ordentunen zuvreden! Kommen die umgeboxen! Kommen die Equipers in beurt going. Wir haben Antipanzerladungen. Einfach beiterschießen. Oh, Mann. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Was ist er denn? Haben wir jetzt versagt? Haben wir jetzt versagt oder haben wir das geschafft? Wir müssen hier sofort weg! Den haben wir! Ist das eine Scheiße! Ah! Kontrollierte Feuer! Vor den... Fahrzeug am Scheiß! Das ist einer von Ihnen! Er hat uns anvisiert! Täuscht aber einen Lippen! Er hat uns anstrengt. Er ist schon noch mehr da, Kind! Er ist noch nicht in die Bremse! Wir haben Antipanzerladungen! Einfach beiterschießen! Wir haben Antipanzerladungen! Einfach beiterschießen! Schild! Schilderflug! Hartle! Er hat uns anstrengt. Oh meine Fresse, kann der nicht fahren oder was? Wir müssen hier sofort weg! In den Humvee! 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 Das ist der Scheiße, ey. Boah, der hat sich jetzt... Äh, haben wir es jetzt geschafft, oder nicht? Hier spricht Connor Morgan. Eine KVA-Panzerkolonne rollt von Süden her an. Er bietet sofortige Luftunterstützung am Anfang der Brücke. Negativ. Eigene Einheiten sind gefährlich nah. Sie müssen sie sofort treffen. Negativ. Sie haben keine eindeutige Erkennung der feindlichen Ziele. Äh, verdammt. Warpath, feuern Sie auf meine Position. Was machst du da? Achten Sie auf das Signal. Wiederholen Sie das Kamin. Werfen Sie Ihre größte Bopper auf das Signal. Bestätigt. Luftangriff unterwegs. Nein! Connor, warte! Adiosführer, bestätigen Sie die Sicht. Adler 1 kann das Signal sehen. Pakets unterwegs. Oh. Oh. Connor! Kann ihn jemand sehen? Connor! Oh, oh. Das sieht bitte aus. Aber so ist das nochmal. Hier ist Europa News aus London. Das Untergrundnetzwerk Stimme der Freiheit berichtet, dass sich amerikanische Freiheitskämpfer den US-Militärstreitkräften bei einer Großoffensive auf die Golden Gate Bridge angeschlossen haben. Der koordinierte Angriff soll der Wendepunkt in Amerikas Guerillakrieg gegen die koreanische Besetzung werden. In der Zwischenzeit hat der EU-Verteidigungsrat eine Notsitzung einberufen, um über eine Unterstützung für unsere Verbündeten auf der anderen Seite des Atlantiks zu debattieren. Das ist die Golden Gate Bridge. Na hallo. In San Fran. Oh noch. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Wie? Jetzt war's das? Das war's? Das war's? Das war's? Das war's? Das war's? Na das hätte ich jetzt nochmal nie gedacht. Das ist... Okay. Okay. ... ... Aha. Naja. Warum wohl nicht? Naja, es gibt ja noch ein zweiten Teil. Der jetzt bald kommt. Nein, der Alexa für die Xbox ist da glaube ich draußen. Für PC weiß ich noch nicht. Und hier noch ein Spezial-Möse an Alexander, die sich das LNP gewischt hat. Ja, das ist das LNP, das ist das LNP. Ja, 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 ich hoffe mal, dass sie den zweiten Teil hier anschauen ist. Sonst wäre das ziemlich dummes Ende hier. Oh, jetzt ist das blöd, dass ich jetzt nicht so was anderes nehmen könnte. Das war's. Tja, wir sind trotzdem, ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht von mir. Tja, wir sind trotzdem, ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht von mir. Tja, wir sind trotzdem, ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht von mir. Tja, wir sind trotzdem, ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht von mir. Tja, wir sind trotzdem, ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht von mir. So, da werden wir uns für die Erfolge angucken. Tja, wir sind trotzdem, ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht von mir. Tja, wir sind trotzdem, ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht von mir. Tja, wir sind trotzdem, ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht von mir. Tja, wir sind trotzdem, ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht von mir. Tja, wir sind trotzdem, ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht von mir. Naja, da können wir nochmal kurz reinkiepen. Na, da gucken wir mal gleich mal rein. Naja, da gucken wir mal rein. Naja, da gucken wir mal rein. Was mache ich jetzt hier? Was mache ich jetzt hier? Das ist wohl sowas wie Team Deathmatch. Das wird knapp Marines, weiter kämpfen. Das ist gut. Ich komme hier am schnellsten. Ich glaube, den Spielmodi kann ich auch knicken. Ich bin hier mal so auf die Übungsrotte gegangen. Raubo wird gesichert. Was? Ah, schau mal in der Burg an. Ah. 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 Deswegen. Ach, jetzt nur mal so aus Spaß. Und dann würde ich auch aufhören. 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 Okay. Okay, Jungs. Wir kontrollieren alle Ziele. Jetzt sichert sie. Die sind gesichert. Die sind gesichert. Da soll ich jetzt noch die 16 Sekunden warten hier. Mal gucken, was rauskommt. Mal gucken, was rauskommt. Ist doch eh für'n Arsch. Ich bin nur Herr, den Aufwand runter. Hey, wo gehst du denn runter? Das schaffen wir! Durchhalten, Marines! Klar schaffen wir das. Ach, warte, ich mach das gleich nochmal, weil wie es aussieht, ist es da, komm, ist Egal, trinkenack, tot, ist doch eh, ist doch eh, ist doch eh, Egal, ups, oh, noch ein paar Meter So, brauchen eh bloß noch die 2 Punkte, wenn wir es kommen, dann zu B und zum Schluss zu C So, das ist auch noch unser C werden wir auch nehmen, da haben wir gewonnen Krieg mal hin Krieg mal hin Aber Eigentlich beschiss, weil Keine weiteren Leute äußern mich hier drauf so So, jetzt mal eine Troll holen Die Trollen umfahren Hehe, cool Ach, mach kein Quatsch Da hört das auf? Hätte ich jetzt so nicht gedacht Na komm schon Lade fertig den Kreis Dann haben wir gewonnen Wir gewinnen Marines, weiter so Wir gewinnen Marines, weiter so Na komm schon Na komm schon Na komm schon Ach komm jetzt Sag, wir haben gewonnen Ach komm jetzt Sag, wir haben gewonnen Das war verdammt gute Arbeit Marines Wir haben gewonnen, cool Ja, wie gesagt Wie gesagt, ja Ja, ein Tod Haha, bin ich gut Tja, wie gesagt Wie gesagt, ich war der Einzige Liste Los, kommt auf Aufgezeichnete Spiele, ne Schneide Spiele, ne Ach komm Hier Antarkt? Nein Herausforderung Liste Liste Steam Fehler Ja, deswegen konnte ich auch nicht spielen Ja Ja, gut So Und hier Und hier mit beende ich Das Let's Play Noch einen kleinen Spaß Zum Schluss gehabt Und Wir sehen uns Bei dem nächsten LP Was es wird Weiß ich noch nicht Aber ich denke mal Auch wieder so ein Shooter Schuhus